Es sieht aus, als würde es immer wärmer in den Tagebüchern. Ihr könnt hier einfach immer rüberspringen. Da passiert hier nichts. Weltbewegend ist. Keine gute Idee. Überhaupt kann die nicht helfen. Keine Angst. Wir kümmern uns um unsere Frauen und Kinder. Merkmann, Achtung, Glauben, Achtung. Kommunistische Gruppen nach draußen. Hört aus. Nein. Scheiße. Ich bin wirklich froh, dass ich das auf Normal spiele. Und nicht auf irgendwelchen anderen. Schön, hierbleiben. Lauf lieber weg, du sowjetischer Bastard. Wow. Ja. Das mit dem Nachladen muss man noch üben. Und das mit dem Zielen auch. Nachladen. Gut. 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 Es ist wichtig für Pavel, um diesen Mann zu beobachten. Pavel, mach es. Ja, comrade. Third floor, left building. Left. Oh. Tab ist 2. Er ist tot. Good shot, comrade. Well done, Vassilio. Now let's move on. We still have to secure the rest of city hall. Let's go! Hopp, hoch mit dir. Eine sowjetische Granate, anti-tron. What do you do, Marshall? Run! Was ist das für eine sowjetische Förner? Oh, keine gute Idee. Einfach so... Waaah! Noch? Ja. Ja. Ich verschwinde zu. Ich bin zu. Boah, wo die alle herkommen? Wo ist die Granate? Okay, scheinbar weg. Eine ATV ist! Bewegung! Geht's auf ihr durch die Truppe! Wenn ihr ihr kennt mich, wer schießt! Waaah! Eine ATV ist! Bewegung! Geht's auf ihr durch die Truppe! Wenn ihr ihr kennt mich, wer schießt! Wenn ihr ihr kennt mich, wer schießt! Ich bin zu. Ich bin zu. Die Flöte ist klar! Die Flöte ist klar! Die Flöte ist klar, die Beine. Wir müssen uns für ihre Anstrengung vorbereiten. Wir müssen die Anstrengung auf die Anstrengung. Die Flöte ist klar! Bin ich? Wo kommen die her? Ach! Da! Hinten! Laden bitte! Oh! Da! Komm. Zieh, zieh, zieh. Wo seid ihr? Ach, da hinten! Oh, da hinten! Oh, da hinten! Over to the door! Here, cover me! Find the GD! Net! Ah, da! Enemy! Enemy! Open! Ah, da! Enemy! 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 Donut euch das einen gerard! What a chance! Get back! Oh! Ähh... Eine sehr... Klug. Tut mir leid. Ich geh mal wieder lieber hoch. Sniper? Willkommen zu... Okay. Da ist wieder jemand. Oder hab ich mir das jetzt nicht eingebildet? Ja. Okay. Oh, Entschuldigung. Das war jetzt nicht besonders professionell. Wer schießt dann die ganze Zeit auf mich? Ich werde jetzt ziemlich hartnäckig, muss ich sagen. Ah, ich stehe ja quasi vor der Tür. Okay. Okay. Ich geh hoch. Ich geh hoch. Ich will hoch. Ich will hoch. Nachladen, nachladen. Schnell. Hey. Bleib. Geh hoch. Ich geh hoch. Na, ich geh hoch. Ich geh hoch, ich geh hoch. Ich geh hoch. Es gibt noch keine Nummer, heute. Aber nicht immer noch. Scheinbar gibt es da immer Oh Ja, ich würde sagen, damit beenden wir unsere Aufnahme hier Und wir starten demnächst wahrscheinlich mit einer anderen Kampagne Dann viel Spaß und bis zum nächsten Mal Tschüss